Das nächste Stück ist geeignet für alle, die die einfachen Griffe beherrschen und schon etwas gezupft haben. Wer die Griffe noch nicht wechseln kann, also einfache Gitarrengriffe, der sollte vielleicht anfangen mit der Gitarrenschule ohne Noten. Da lernt ihr alle Grundlagen, um solche Sachen dann auch spielen zu können. Viel Spaß! Musik 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 Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, dann versäumt ihr kein Video. Musik 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 Amen. Amen.